Da ist er wieder! Dein Ralf Pfeiffer, Pfeiffer mit 3F. Schön, dass du da bist. In diesem Video stelle ich dir eine ganz spezielle Persönlichkeit vor, die du unbedingt jetzt mit diesem Video sozusagen kennenlernen wirst, denn sie hat eine Methode, die vielen Menschen hilft, ein erfüllteres Leben zu führen. Und sie stellt sich ganz kurz mal vor, wie sie heißt, was sie macht und welchen Mehrwert sie dir und vielen anderen Menschen oder, besser gesagt, deinen Freunden und Verwandten und Bekannten bringen kann. Okay, dann legen wir los und sei ganz gespannt. Let's go! Wie ist dein Name? Mein Name ist Verena Bühler. Du bist die Verena Bühler und aufgrund deines Nummernschildes am Auto, was ja ungewöhnlich ist, habe ich dich gefragt, woher du kommst und vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, woher du kommst. Ja, sehr gerne. Ich komme aus der Schweiz, ich bin eine Schweizerin, wohne jetzt in Fürstetum Liechtenstein und daher die schwarze Nummer. Ah, okay, prima. Und du bist ja auch schon im Bereich Persönlichkeitsentwicklung einige Jahre unterwegs. Wir haben uns ja schon hin und wieder auf Seminaren getroffen. Und jetzt sind wir ja hier beim Business-Seminar von der Lambert-Akademie und wir haben gestern das große Vergnügen gehabt, uns noch etwas näher kennenzulernen und deshalb auch dieses Video, weil, wie gesagt, ich habe so viele tolle Informationen dort erfahren gestern, dass ich euch das absolut nicht vorenthalten darf. Vielleicht sagst du meinen Fans mal, was du so machst. Genau. Also zum einen habe ich Quantenphysik im Business und Bühler Integralcoaching. Und meine Spezialität ist, mit Energie zu arbeiten. Ich kann Energie sehen und ich kann sie fühlen. Und mit der Quantenphysik habe ich mir eine Software erschaffen, wo ich die Leute unterstützen kann in ihren Problemchen. Das bedeutet aus dem Verstand ins Herz. Weil viele Leute sind immer mit dem Verstand unterwegs, vergessen aber total, dass sie ein mächtiges Werkzeug haben. Das nennen wir Herz. Wenn du nämlich aus dem Herz heraus sendest, das, was du dir wirklich wünschst, vom Herzen und auch willst und dir auch forschen kannst, dann sendest du 5000-fach die Energie ins Universum. Und weißt du was? Das Universum antwortet dir. Und das habe ich gestern mit Ralf Pfeiffer besprochen, weil er ist so ein herzensguter Mensch. Und ich habe ihn so noch nie kennengelernt, so persönlich. Und das hat mich so berührt, weil ich mit ihm geredet habe, das Herz-zu-Herz-Gespräch. Und das fehlt mir sehr viel im Business. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Start-ups oder auch Unternehmer, die schon ein Business haben, wirklich aus diesem Verstand und immer, ich muss, ich muss im Hamsterrad erfolgreich sein, Druck und, 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 und. Mal einfach sagen, Break, komm mal runter ins Herz und hör zu, was dir das Herz zu sagen hat. Und dann wirst du richtig erfolgreich. Absolut. Vielen Dank für deine ausführlichen Informationen. Verena, wo können dich denn meine Fans erreichen? Hast du eine Internetpräsenz, dass wir den Link denn von deinen Informationen, die du vielen Menschen weitergeben möchtest, irgendwo als Link verknüpfen können? Also, wenn ihr jetzt das Video so zum Beispiel auf Facebook seht, dann seht ihr den Link oberhalb des Videos. Und wenn ihr das Video auf YouTube seht, dann seht ihr den Link unterhalb des Videos in den Kommentarfunktionen. Wie ist denn deine URL oder deine Internetpräsenz? Wie heißt die? Die habe ich genauso genannt, wie das Gerät heißt. Das heißt QuantTech, also www.quantec.li für Lichtenstein. und ich habe da auch Referenzen hinterlegt. Du kannst dich auch eintragen und wenn du mit mir verbunden sein willst, ähne mich doch über Skype oder über Ski, 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 Sink. Sink, 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 Sink. Genau, weil ich bin immer da für ein offenes Gespräch. Schreib mir einfach eine E-Mail mit deinem Anliegen und wir finden bestimmt für dich eine super gute Lösung. Super, Verena. Okay, ganz, ganz tolle Information. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview und wie gesagt, den Link entweder findet ihr den über dem Video oder bei YouTube unter dem Video und vielen Dank, weiterhin viel Erfolg. Und ich denke, auf jeden Fall sollten sich die Menschen damit beschäftigen, die mehr aus ihrem Leben machen möchten, vom Herz heraus und um schneller ihre eigenen Träume und Ziele zu verwirklichen. Okay, das soll es von mir gewesen sein. In diesem Sinne, lebe fröhlich, lebe heiter, nur so kommst du im Leben weiter. Deine Verena und dein Ralf Pfeiffer, Pfeiffer mit 3F. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Bye. Vielen Dank.